Die SU-26 von Stauffenbiel ist ein fertig gebautes und bespanntes Kunstflugmodell mit 2200 mm Spannweite. Als Antrieb dient ein Benzinmotor DLE55, der eine 23 x 8 Zoll Luftschraube dreht. Das gut 8 kg schwere Flugzeug ist für extremen Kunstflug gebaut und verfügt über große Ruderausschläge und neutrale Flugeigenschaften. Schnelle Wendemanöver gelingen ebenso wie großräumig geflogene Standard-Kunstflugfiguren. Hovern in Bodennähe ist ein wahres Vergnügen mit der Sukkot. Durch die riesigen Ruderflächen mit großen Ausschlägen reagiert das Modell auch bei niedrigen Geschwindigkeiten direkt und präzise. Powerrollen machen Spaß und können weiträumig geflogen werden. Auch Rückenflug in Bodennähe mag die SU-26. Der kraftvolle Motor hat genügend Leistungsreserven, um das Modell im Notfall schnell nach oben zu ziehen. Auch bei der Landung kann die SU punkten. Anschweben, drosseln, aufsetzen. Das CFK-Fahrwerk kann einiges wegstecken. 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 Untertitelung des ZDF, 2020